Servus Monster Freunde, diese Woche ist richtig geil, wir haben zwei nagelneue Event-Quests, beide sind gut, geben guten Loot ab, die eine endlich mit richtig geilen Juwelen, man kann endlich farmen gehen, ich würde sagen, wir legen direkt nach dem Intro los. Farb noch eine wichtige Info, ich werde die ganze Zeit gefragt, wann ist Saffi wieder verfügbar und hier seht ihr das Ganze vom 6.3. bis zum 27.3., natürlich auf Konsole für ganze drei Wochen kann man dann Saffi wieder machen, ist also im Endeffekt nächste Woche, da könnt ihr euch dann die ganzen Waffen wieder farmen oder eben das Material zum Upgraden. Starten wir direkt mit der Juwelen-Dekorations-Event-Quest, denn die hat es auf jeden Fall in sich, die wo letzte Woche rauskam, war ja nicht so geil, mit Tigrex, Nagakuga, zwei Monster hat relativ lang gedauert und man hat eben nur schlechte Juwelen rausbekommen, im Endeffekt die Iceborne-Anfänger-Juwelen und die Endgame von Monster Hunter World. Jetzt sieht das Ganze anders aus, Capcom hat eine neue Quest aktiv geschaltet, der Zorn des Donners blitzt auf, wir müssen hier gegen einen gehärteten Zinoke kämpfen, Meisterang 24 wird vorausgesetzt und ja, wir sind im uralten Wald unterwegs und müssen eben den Zinoke töten. Er lässt mal wieder auch keine Materialien oder Dekorationen fallen, sondern es gibt ihn nur in der Endbelohnung, da muss man sagen, es troppen aber mehr und natürlich geilere und ich muss hier ganz ehrlich sagen, der Zinoke lebt auch nicht wirklich lange, wenn man ein Endgame-Build hat mit Safi-Waffen, geht das schon wirklich sehr schnell. Ich habe das mit Deto gemacht, mit Hammer wird es mit Save auch sehr schnell funktionieren oder Energieklinge, man kann ihn schon wirklich auch in sechs Minuten töten, einen Monster und man bekommt eben Feensteine der Stufe 9 raus, die meisten sind aber Stufe 10 oder sogar auch noch erhöht auf 11er Seltenheitsstufe und bei 11er kommen eben dann die ganzen geilen Jewels raus, aber 10er sind auch schon gute Jewels mit dabei, wie zum Beispiel Wächter und Handwerk und so weiter oder auch mal mit Experten und da kann man wirklich schön farmen und es ist auch ein ganzer Batzen an Dekorationen, die man da eben am Schluss von dieser Event-Quest bekommt und ich würde sagen, wir schauen mal meinen Endloot kurz an. Hier haben wir jetzt die Belohnung, ich habe jetzt 8 Minuten 42 gebraucht, war ein bisschen länger, aber ihr seht, wie viele Dekorationen hier rauskommen, es sind glaube ich insgesamt 7 von den 10er gewesen, ein 9er und ein 11er und da muss man ehrlich sagen, das lohnt sich schon, das sind wirklich viele im Gegensatz zu anderen Quests und man bekommt bessere raus. Ich hatte hier leider trotzdem ein bisschen Pech, die besten habe ich natürlich nicht rausbekommen, aber das ist natürlich einfach Glück, aber man kann hier sehr gute Dekorationen erfahren, auch schnell und ja, hier zum Beispiel Satzesüge mit Figur ist in Ordnung, Wappen und Medizin braucht man nicht unbedingt. Hier zum Beispiel ein 2er Explo ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ist auch die Seltenheitsstufe 11, Potenzial und Medizin auch nicht unbedingt. Ladung und Schutz, Ladung ist auf jeden Fall ganz nice, Resistor und Experten. Lauft auf jeden Fall die Event-Quest, die lohnt sich, denn man bekommt schon mehr Dekorationen raus und es geht auch schnell und ja, man kann verschiedene Builds ausprobieren. Ich denke, mit Deto wird es sehr schnell gehen. Ich habe jetzt hier gesehen, das Ganze war doch nicht mit Deto, sondern mit dem Hammer. Die Event-Quest ist im Endeffekt bis zum 20.03. verfügbar, das sind also drei Wochen, könnt ihr den Zenogre farmen und ich denke, da wird man auf jeden Fall die ein oder andere gute Dekorationen rausholen. Kommen wir zur zweiten Event-Quest, im Endeffekt genauso geil. Mir macht sie einfach extrem viel Spaß. Das ist die nächste Großwildjagd, diesmal in einem Korallenhochland. Das heißt, Korallen-Symphonie, man braucht Meisterang 24, dann kann man sie laufen und wie bei jeder Großwildjagd sind natürlich für die Goldkronen Chancen auf kleine und große erhöht. Ja, wir haben insgesamt fünf Monster drin. Als allererstes, Paul Lomo hat bei mir extrem abgefuckt, die Quest maximal verlängert. Ich habe immer abgewechselt zwischen Deto und Hammer und es war einfach nur eklig mit dem Viech. Ich wurde die ganze Zeit überrannt. Dann bin ich weiter zu Legiana gegangen, war mit Deto super easy. Sie war kaum in der Luft oder er war kaum in der Luft. Immer runtergeholt. Die Gatchas haben ihn sogar geschläfert. Dann ging es weiter mit dem Hammer zum Korallen. Pukke Pukke super schnell tot. Ich gefühlt zwei Kombos. Dann war der Pukke Pukke hinüber. Der Ologaron hat ein bisschen abgefuckt. Der Vulkan Ologaron hat auch ein bisschen länger gedauert und dann habe ich gedacht, nee, Zenogre mache ich dann am Schluss nochmal mit Deto. Dann fuck der auf jeden Fall auch nicht ab. Hat ein bisschen länger gedauert, die Quest. Aber ich wurde fürstlich belohnt mit dem Jägerrang. Ja, 999 endlich auf Max. Hat im Endeffekt jetzt zwei Jahre gedauert. Aber auf jeden Fall jetzt auch maximaler Rang fehlt natürlich nur noch der Meisterrang. Und ich habe auch noch drei Goldkronen abstauben können. War auf jeden Fall richtig nice. Und heute Abend Livestream werde ich auch öfters mit den Kollegen die Quest laufen. Denn sie machen einfach super Spaß. Die Monster haben so wenig Leben, weil so viele in der Quest vorkommen. Und normalerweise zwei bis drei Minuten, dann sind die hinüber. Event-Quest ist im Endeffekt nur eine Woche aktiv bis nächste Woche Freitag. Und dann kommt natürlich schon die nächste Großwildjagd. Die ist dann im Tal der Verwesung. Und danach gibt es dann auch noch eine weitere Event-Quest. Die ist dann ja in der Heimat der Ältesten. Da gibt es natürlich Brachy und so weiter. Auch wieder neue Monster, die mit Eisborn reingekommen sind, wo man sich dann Goldkronen abstauben kann. Und auch schon nächste Woche ab dem 6.3. kommt nochmal eine neue Event-Quest rein mit mehr Gigante. Und die wird ja auch einen sehr geilen Loot abwerfen. Nämlich große Geistader-Edelsteine für die Seltenheitsstufe 12er Rüstungen. Und da kann man auf jeden Fall dann richtig geil augmentieren. Ich hoffe natürlich, dass sich diese Event-Quest fett lohnen wird. Nicht, dass man oft leer ausgeht oder nur einen rausholt. Sondern, dass es schon immer 2, 3 sind. Dass man auf jeden Fall sehr nice farmen kann. Und sich dann Haufen anfarmen kann. Einfach auf Lager. Denn ja, sie droppen doch in den Leitlanden sehr selten. Oder man braucht einfach ein bisschen länger, bis man da paar bekommen hat. Das war es eigentlich soweit vom Video. Wie gesagt, die zwei Event-Quests sind jetzt aktiv. Farmt auf jeden Fall Dekorationen. Macht noch den Korallenhochland. Die Korallenhochland-Großwild jagt. Und nächste Woche geht es dann weiter mit Tal der Verwesung. Und natürlich der Nergie-Quest mit großen Geistader-Edelsteinen. Das war es soweit von mir. Würde mich natürlich über den Daumen freuen. Wer mehr von Iceborne sehen möchte, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.